Also ich würde mal sagen, wenn man jetzt relativ konservativ überlegt, würde ich sagen, okay, konservativ reißt stabil auf 4 Euro. Einen Moment noch, bevor du dir das Video zu ändern siehst. In diesem Video habe ich mich dazu entschieden, den im letzten Video schon erwähnten Activation Code zu veröffentlichen. Das heißt, es gilt hier, wer schneller ist, der kriegt den Code halt zuerst. Ich werde ihn an einer beliebigen Stelle des Videos zeigen und dann kannst du ihn letztendlich benutzen, um deine persönliche Step-En-Reise zu starten. Bitte beachte hierbei jedoch, dass dies Risiken wirkt. Also bitte recherchiere selbst nochmal und überlege, ob du das Geld investieren möchtest, es eventuell sogar verlieren kannst. Vielen Dank. Seit unserem letzten Blick auf den Chart vom 07.05. hat sich der Preis von ca. 4,80 Euro auf 2,80 Euro reduziert. Das ist natürlich eine herbe Klatsche, aber warum ich mir deshalb nicht wirklich Sorgen mache und fleißig weiter meine Münzen sammle, seht ihr jetzt. Grundsätzlich kann es natürlich sein, dass der Markt rational und teilweise auch irrational auf Sachen reagiert. Aber momentan kann man allgemein an den Märkten eine ziemliche Angst in den Stimmungen der Leuten erkennen. Daher ist es nicht wirklich verwunderlich, dass die Kurse weiter abprallen. Ob wir nun von Aktien, ETFs oder auch von Kryptowährungen sprechen, davon ist letztendlich fast nichts verschont geblieben. Wenn wir uns zum Vergleich einfach mal den Bitcoin-Chart anschauen, also den Chart der Mutter aller Kryptowährungen, dann sehen wir auch hier, dass auch der Bitcoin nicht von diesen momentanen Entwicklungen verschont bleibt. Daher würde ich erstmal sagen, Ruhe bewahren und Münzen sammeln. Allgemein bitte nicht vergessen, dass dieses Experiment für mich sowieso eine Abwägung von Rendite und potenziellem Risiko ist, so wie es eigentlich immer sein sollte. Bevor ich gleich auf den letzten Aspekt eingehe, der sich aktuell so ein wenig umhertreibt, schauen wir uns doch erstmal etwas Positives an. Und zwar können wir im Hintergrund meinen aktuellen Schuh erkennen, der halt ein Common-Walker-Schuh ist, weil ich nur vorhabe, ganz normal zu laufen. Fürs Laufen, also im Sinne eines Joggers oder ähnliches, bin ich letztendlich zu faul. Von daher, ja, können wir einfach mal hier oben sehen, dass ich aktuell einen Verdienst von 20 Green Satoshi Tokens habe. Das müsste so in den letzten zwei bis drei Tagen entstanden sein, das kann ich jetzt nicht mehr ganz genau sagen. Auf jeden Fall ist es ja gar nicht mal so schlecht. Umgerechnet wären das ja, gut, irgendwas mit 40 Euro, 20 mal 2,8 hatten wir vorhin, glaube ich, gesagt, wären 56 Euro aktuell an Bestand. Ich bin aktuell 10,8 Kilometer gelaufen und habe einen freien Activation Code, den ich ja wie gesagt heute ausgeben werde. Ja, das Wichtige dabei ist noch, aktuell habe ich auch ein wenig noch nicht ausgecashed, aber zumindest schon mal ein bisschen was an Seite geschafft. Das heißt, weitere 21,9 GSTs habe ich schon mal zur Seite geschafft, also von meinem Spending Wallet in das normale Wallet sozusagen übertragen. Denn das Spending Wallet ist ja nur dazu da, damit man Schuhe kaufen kann, also am Marktplatz aktiv ist, so wie ich halt damit hingehen kann und zum Beispiel Gems oder Ähnliches kaufen kann. Beziehungsweise, ich glaube, das geht sogar nur mit Solana. Egal, auf jeden Fall, ich habe das Geld schon mal an Seite geräumt, um das ganz einfach dann bei Bedarf, wenn die Währung wieder steigen sollte, auch auscashen zu können. Natürlich werde ich auch hier hingehen, circa 40, 50 Prozent stumpf schon mal an Seite legen, was nachher das ausgecashete Geld betrifft. Da natürlich das liebe Finanzamt auch etwas davon haben möchte und ich somit gar nicht erst in Versuchung komme, das auszugeben. An dieser Stelle dachte ich auch, ich blende mal eben ein kleines Handy-Video dazu ein. Und zwar können wir uns ja hier anschauen, dass ich jetzt vor circa zwei Stunden das letzte Mal gelaufen bin, der ganz normale 21 Uhr Run. Und da sehen wir dann zum Beispiel einfach mal, was da so an Verdienst rumgekommen ist. Also ich bin circa drei Minuten 31 gegangen, das hat dann 0,6 Energie unten rechts verbraucht und dabei rumgekommen sind dann 2,7 GST. Das dann dementsprechend circa mal 4 pro Tag und somit hätte man meinen Verbrauch, beziehungsweise was ich bekommen hätte. Davon muss man dann noch natürlich die Repair-Kosten abrechnen, wenn man fair sein möchte. Und schon hat man den täglichen Verdienst. Das sollten ungefähr, wenn ich es gerade im Kopf habe, circa 8, irgendwas GST sein. Kommen wir zum Abschluss des Videos nochmal auf ein weiteres wichtiges Thema zu sprechen, wenn es um Step-in geht. Und da Step-in sehr stark unter anderem auf der Solana-Chain basiert, muss man hier mit zurate ziehen, dass die bereits das siebte Mal im Jahr 2022 wegen Netzwerküberlastung whatever ausgefallen ist. Also kann ich nur hier empfehlen, recherchiert ausreichend, was diese speziellen Themen betrifft und schaut euch auch an, welche Auswirkungen es haben kann. Es kann natürlich sein, dass aufgrund dessen der GST-whatever-Preis fällt. Es kann auch sein, dass ihr gegebenenfalls auf gewisse Transaktionen etwas länger warten müsst. Deswegen bezieht das auf jeden Fall in eure Recherche mit ein. Dann würde ich sagen an dieser Stelle, ich bedanke mich, dass du zugehört hast, dass ihr zugehört habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kowski.